Hallo und herzlich willkommen, es ist Silvester, der letzte Tag des Jahres. Mir bleibt nur noch, euch Danke zu sagen für ein tolles Jahr 2016, euch alles Gute zu wünschen für das Jahr 2017. Ich hoffe, ihr schaut weiterhin meine Videos und habt ein bisschen Spaß daran. Und deswegen könnt ihr auch heute nochmal in Zusammenarbeit mit Artifacts Mundi was gewinnen. Und zwar das Spiel, das ein Trailer hier hinten im Hintergrund läuft. Das ist Enigmatis 2 The Mists of Ravenwood. Ja, kann ich euch nur empfehlen, sehr geiles Spiel. Das Spiel bekommt ihr von mir für die Xbox One. Ihr könnt das Spiel einmal gewinnen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist, ihr müsst den Video einen Daumen nach oben da lassen. Ihr müsst Abonnent sein von mir und ihr müsst einen Neujahrsgruß in die Kommentare schreiben. Ob an Artifacts Mundi oder für mich ist völlig egal. Also ich wiederhole es nochmal, Abonnent sein, Video Daumen nach oben da lassen und einen Neujahrsgruß in die Kommentare schreiben. Ja, das Gewinnspiel läuft bis zum 2. Januar um 15 Uhr. Danach wähle ich einen Gewinn aus und ihr bekommt von mir den Key für die Xbox One zugeschickt. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr rutscht nicht so weit, sauft nicht so viel. Ja, und knallt ein bisschen für mich mit. Egal ob eure Frau oder Kracher oder sonst was. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich sage, macht's gut, Leute. Tschüss, bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020